So Leute, Mario Thirsty! Es geht weiter mit Summerfields und ohne Secret Exit. Aber dafür mit toller Musik. Und ganz schön viel Lack. So, Pilsch. Pilsch? Ich bin ein Pilsch. Genau. Äh ja. Tolles Deutsch. So, Ninjis diesmal nicht. Ich, das gibt's doch nicht. Ich bin nicht für Hex geschaffen. Und spiele sie trotzdem. So. So. Ha, geht doch. Geh weg. Ja, toll. Penis. Oh nein, ich hätte... Ach, kacke. Ha. So, Pilz. Weiter. Mit noch mehr Gegnern. Von der Yoshi-Coin. Also bis jetzt... Ah! Ich sehe nichts wirklich Interessantes. Nur ein Haufen von Gegnern. Äh, ja. Und wie zur Hölle? Moment mal eben. Wie soll ich das jetzt bitte schaffen? Ach so, ich kann... Ach, f***. Ah ja, schön spielst du. Mhm. Super. So, gehen wir da durch. Wow. Natürlich. Umgang-Footballs oder was? Hm. Wario pisst eben in der Hecke. So. Nein, das war so klar. Ich spiel auch wie... Ha, so. Wow. Wow, das ist... Fies. Und ich rutsche von meinen Knöpfen ab. Ey. Ey, du... Penis. Töte dich. Ja, und du tötest... Ja, ist doch. Von wo auch immer der Baseball jetzt spawnt, aber egal, er ist einfach da. Ey. Tolles Spiel. Ja, komm. Dann geh vorbei. Tschüss. So. Legi! Muss ich da unten lang? Ich schau mal. Nö, muss ich nicht. Oh Gott. Ich bin gescheuert. Röhre, bitte. Oh Mann, oh. Oh, Ende. Auch gut. Hm. Darum weiß ich immer noch nicht, wie ich in den Secret-Exit-Schlüssel kommen soll. Oh, P-Switch-Waiter. Hm. Ich liebe P-Switches. Die glitschen bei mir auch gar nicht weg. Überhaupt nicht. Ähm. Ja, dann rauche ich eben. Moment. So. Ah, Hilfe, die Bombe explodiert. Ich will den Pilz. So. Ja, ich schmeiß den Pilz einfach weg und höre auf einfach zu saven. Wofür hast du auch die Button auf deinen Controller gelegt? Warum? Auch schneller. Los. Gut, dies brauchen wir nicht lesen. Gut, dann laden wir einfach mal. Warum auch immer. So. Ja, so nicht. Ey. Okay. Schwimm schneller. Da unten ist der nächste P-Switch. Hilfe. Hilfe. Okay, dann mache ich die mal eben weg. So. Ja. Du schiebst mich an der Ecke und ich sterbe. Ja, genau. Das ist super. Ha. So. Ja. Gut, das hatte ich jetzt. Hilfe. 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 Ha. Tschüss. Oh Gott. Oh nein, zu hoch gesprungen. Oh nein, gar nicht gesprungen. Oh. Oh. Ja. Oh Gott. Oh Gott. So. Ja, Gegner. Tausend Stück auf einmal. Ja, keine Sprite Limitation oder so. Das kennt der Hersteller nicht. Was passiert, wenn ich ohne P-Switch ins Wasser gehe? Okay, dann ist es so wie Luft. Muss ich den jetzt... Ich mache einfach mal gucken. Okay, es war knapp, aber geschafft. Äh, ja. Ja, der Hack ist irgendwie scheiße. Ich mag den nicht. Deswegen rede ich nicht so viel. Und ich habe noch keine einzige Seven Up Moon gefunden oder so. Big Mountain 1 mit Secret Exit. Und schwarz-weiß. Das finde ich allerdings hübsch. Und das sind Warjump-Blöcke. Okay, es ist kein Secret Exit. Es ist der Boss und es sind Warjump-Blöcke. Warum springe ich jetzt überhaupt nicht? Ich hasse Warjumps. Aber die Musik ist... toll, weil sie aus Diddy's Conquest kommt. Kacke, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ha. So, erstmal weg damit. Ja, ja, schön machen wir das. Natürlich, und der Pilz glitscht da hin. Ey, das ist... Nein! Oh, da... Lauf schneller! Nein, das ist doch... Fick dich. Ernsthaft. Okay, nimm mit. Und da oben links war... Manscha. Und ich glitsche das Trampolin weg! Was ist denn los? Ich... Alter! Okay, langsam. Na, langsam. Hallo? Ha. So. Ich hasse Warjumps. Und wenn Sachen einfach mal wegglitschen. Okay. So, tot. Der fällt runter. Der hat keine Lust. Okay, hier kann ich durchspringen. Okay, das Level gefällt mir. Ich habe keine Ahnung, wie ich richtig bin. Ich nehme einfach das Ding jetzt. Scheiß auf Wall-Jump-Blöcke. Tschüss, Chuck. Oh, hallo, Chuck. Was kommt denn denn hier her? Boah, alter Schwede. Geh mal da drauf. Das hätte ich ja wohl auch schaffen können. So. So. Okay, da brauche ich wieder einen P-Switch. Dann gehen wir mal auf die Suche mit Lex. Äh. Okay. Nein, warum... Oh. Ha. So. Okay. Schön, dass der P-Switch hinterm Busch versteckt ist, sodass jeder ihn sehen kann. Und ich renne einfach meinen Gegner. Warum auch immer, ich mache es, weil ich es kann. So. Nimm mit. Fick dich, Wichser. Ganz gewaltig. Ich nehme die goldene Mitte. Und habe einen... Boonemoodoo. Boonemoodoo. Ein Boonemoodoo. Sie verarschen, oder was? Okay, das war's schon. Ey, ich komme da nicht hoch. Ha. Alter Falter. Und ich habe einen... Seven Up Moon. Der erste. Und 15 Leben. Schön. Weiter. Okay, end of the demo. Ja. Mal gucken. Thanks for playing Demo 1 of my Hack. Ja, Demo 2 werde ich auf keinen Fall anpacken. Ich mag den Hack nicht. Bin froh, dass er vorbei ist. Auch wenn ich das Secret Exit gerade vorhin im ersten Part nicht gefunden habe. Ist es mir aber auch egal. Ich mag ihn nicht. Der Hack ist vorbei. Aufnahmenstopp. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute.